So, wir schauen uns diesen Kreislauf nochmal an. Und gehen den nochmal durch, anhand unseres Beispiels, was haben wir gehabt am Anfang? Ein geometrisches Problem, und zwar dieses hier. Die vier Punkte legen zwei Geraden fest, G und H. Und wir haben uns die Frage gestellt, schneiden sich die beiden Geraden? Also, gibt es einen Schnittpunkt? Und wenn es einen Schnittpunkt gibt, dann wollten wir die genaue Lage angeben. Ja, wir haben dieses geometrische Problem übersetzt in ein algebraisches Problem, in dem wir kartesische Koordinaten eingeführt haben, und dann die vier Punkte, die Koordinaten der vier Punkte genau angeben konnten. Hier haben wir es nochmal algebraisch formuliert. Und dann haben wir gerechnet, in der Algebra. Also hier haben wir unsere Rechnung, und hier unten hatten wir unser Ergebnis. Dieses Ergebnis haben wir dann wieder geometrisch interpretiert, dass sich die beiden Geraden schneiden, und wir haben auch die genaue Lage angegeben. Jetzt ist es Zeit für die Aufgabe der Woche. Ich habe hier ein Schachbrett. Und auf diesem Schachbrett, da positioniere ich drei Figuren. Ein Bauer auf F6, den König auf D2, den weißen König auf D2, hier sehen Sie den König, und den Turm auf B5. Hier ist der Turm, auf B5. So, wir sind ja Mathematiker und haben einen geometrischen Blick, und da stellt sich natürlich sofort die Frage, ist dieses Dreieck, was aus diesem, aus Bauer, Turm, und König gebildet wird, ist das vielleicht ein besonderes Dreieck? Also, ist es zum Beispiel gleichschenklig? Oder ist es sogar rechtwinklig? Oder ist es gleichschenklig und rechtwinklig? Gehen Sie durch diesen Kreislauf, mit dem wir uns hier in der ersten Sitzung beschäftigt haben, und lösen Sie die Aufgabe bis nächste Woche. Und dann besprechen wir die nächste Woche. Okay, wir gehen gleich zu unserem inhaltlichen Überblick. Jetzt haben Sie den Eindruck bekommen, womit sich die analytische Geometrie beschäftigt, oder wie man in der analytischen Geometrie vorgeht. Und wir schauen uns jetzt den Überblick über meine geplanten Inhalte dieser Veranstaltung an. Wie gesagt, mit Vorbehalt. Eventuell sich halt die Veranstaltung zum ersten Mal. Eventuell kommen wir nicht so weit, wie ich geplant habe, aber wir werden sehen. Heute haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was ist analytische Geometrie und womit beschäftigt sich die analytische Geometrie. Wir werden uns in der nächsten Sitzung mit der Einführung in die Vektorgeometrie beschäftigen. Da gehen wir natürlich ganz, beschäftigen wir uns ganz mit den Grundbegriffen begriffen zunächst. Also, was ist ein Vektor mit der Addition und Subtraktion von Vektoren, skalare Multiplikation von Vektoren, so die Grundlagen, die grundlegenden Rechenoperationen mit Vektoren. Dann machen wir einen kleinen Exkurs zur Theorie der Vektorräume, zur allgemeinen Theorie der Vektorräume und schauen uns dazu Beispiele an. Den Schluss dieses Kapitels macht die lineare Abhängigkeit bzw. lineare Unabhängigkeit von Vektoren und am Schluss nochmal die Übung, die wir besprechen, die ich aber auch schon hier mit einstreue. Das wird uns bestimmt zwei, drei Sitzungen beschäftigen. Danach gehen wir zur affinen, mit dieser guten Grundlage gehen wir zur affinen Geometrie in der Ebene und Raum, beschäftigen uns nochmal mit Koordinatensystemen in der Ebene und im Raum und dann Beschreibung von Geraden in der Ebene durch Gleichung entsprechend Parameterdarstellung für Geraden im Raum und dann den Abschluss machen die Ebenen im Raum. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie aus der Algebra noch nicht so fit sind mit dem Rechnen mit Matrizen, dann werden wir uns hier nochmal mit beschäftigen, mit dem Gausschen Algorithmus etc. ein bisschen Linearalgebra betreiben. Wenn nicht, dann gehen wir über diese kleine Wiederholung nach ins Kapitel 4. Wenn nicht, gehen wir direkt dahin. den Abschluss, das Abschlusskapitel ist die metrische Geometrie in der Ebene und im Raum. Da gucken wir uns nochmal kartesische Koordinatensysteme an, Längenberechnung in der Ebene beziehungsweise im Raum, Skalarprodukt von Vektoren und damit dann Anwendung des Skalarproduktes und Verallgemeinerung des Skalarproduktes. Danach als Abschluss beschäftigen wir uns mit Kreisen und Kugeln und mit Winkeln zwischen zwei Vektoren und wenn wir noch Zeit haben, dann geben wir eine andere Beschreibung einer Ebene im Raum ein, nämlich mit Hilfe ihres Norma-Einvektors den Abschluss machen, Anwendungen beziehungsweise Übungen dazu. So, wenn wir so weit gekommen sind, werden Sie sehen, dass jedes Kapitel hat eigentlich hier Bezüge zu jedem Kapitel. Das heißt, wir haben hier keine Einbahnstraßen, sondern wir schauen uns immer entsprechendes an. Ja, wir springen dann mal wieder zurück und schauen, wie war das damals mit der Addition beziehungsweise mit unseren Beispielen und was können wir da übertragen und was können wir da jetzt mit unserer neuen Erkenntnisminuten zum neuen gelernten, was gewinnen wir für neue Erkenntnisse. So, meine Damen und Herren, jetzt stellen Sie sich natürlich die Frage Fachbücher, Literatur zu dieser Veranstaltung. was können Sie zu dieser Veranstaltung an Literatur zu Rate ziehen, wenn Sie mal was nachschlagen müssen. naja, das erste, was ich immer empfehle, sind Schulbücher. Zum Thema. Schulbücher haben immer den Vorteil, dass dort viele Aufgaben, viele Beispiele vorgerechnet sind und entsprechend auch Aufgaben gestellt werden. Das heißt, nehmen Sie das Schulbuch zur Hand, schlagen Sie den entsprechenden Inhalt auf. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssten noch üben, dann nehmen Sie sich eine Aufgabe, errechnen die und dann haben Sie auch zu jedem Schulbuch eigentlich Lösungshefte, wo Sie die Lösung nachschlagen können. Ich habe zwei Schulbücher, die ich selber zu dieser Veranstaltung verwende, nämlich den Landbacher Schweizer. Vom Klett Verlag ist der, das ist die analytische Geometrie mit Linearer Algebra, heißt das, mit Linearer Algebra im Klett Verlag und das zweite Schulbuch, was ich habe, das stelle ich Ihnen gleich mal vor, da können Sie mal reinblättern, reinschauen. Das zweite Buch, was ich habe, ist der Ulzöfer. Ist aus dem Bayerischen Schulbuchverlag. Nämlich Grundkurs analytische Geometrie hier oben, das ist auch der Grundkurs. Ich schreibe mal GK dazu. im Bayerischen Schulbuchverlag Schulbücher haben immer den Vorteil, dass sie auch Lösungshefte haben, wo man dann die Aufgaben, die man gelöst hat, die Lösung nachschlagen kann und schauen kann, ob man es richtig bearbeitet hat. Ich habe Ihnen die mal mitgebracht, da können Sie mal einen Blick reinwerfen. Das sind auch die Bücher, nach denen ich mich richte, hauptsächlich auch richte, bei dieser Veranstaltung. So, da haben wir die Bücher schon. Mal schauen, ob es scharf ist. Da ist es zu sehen. Zunächst mal habe ich hier den Lampacher Schweizer analytische Geometrie mit linearen Algebra. Ja, wenn Sie da mal reinschauen, ist es natürlich ein typisches Schulbuch, ganz klar. Hier vorne haben wir den linearen Algebra-Teil, dann sehen Sie man hat einen großen linearen Gleichungssysteme, dann haben wir Vektoren, eigentlich was wir genau machen, Geraden und Ebenen und hier haben wir noch Längenabstände und Kreise und Kugeln und Belibsen. Nehmen wir natürlich nicht dran, das ist klar, aber da finden Sie zu jedem was. Und ich schreibe es mal auf, hier haben wir zum Beispiel solche mathematischen Exkursionen, das geht gerade über René Descartes, da können Sie mal nachlesen, ja, und hier, wenn Sie sich mal das anschauen, dann sehen Sie natürlich hier Geraden und Ebenen, da haben Sie entsprechende Aufgaben, bearbeitete Aufgaben, natürlich, selbstverständlich, sehr schön gemacht. Das zweite, ja, hierzu gibt es natürlich ein Lösungsheft, ja, da können Sie die entsprechenden Lösungen nachschlagen für die Aufgaben, selbstverständlich, jederzeit. Und dann haben wir das Buch hier vom Herrn Ulzhöfer, Mathematischer Grundkurs, analytische Geometrie, ja, wenn wir das hier aufschlagen, sehen Sie das genauso aufgebaut, zuerst lineare Gleichungssysteme, dann kommt hier Vektoren, entsprechend Geraden und Ebenen, Kugeln und Kreise. Und wenn Sie sich das mal auf der Seite anschauen, ist das auch wieder natürlich wie ein Schulbuch gemacht, Sie finden überall entsprechende Aufgaben, die Sie dann natürlich entsprechend im Lösungshift nachschlagen können. So, wir haben noch entsprechende Fachbücher, wenn Sie sich nach Fachbüchern umschauen, dann finden Sie eine Menge, die habe ich nicht dabei, aber ich will Ihnen ein paar angeben, die ich für ganz geeignet halte für diese Veranstaltung. Auch hier gilt natürlich, wir werden nicht alles machen, was in diesen Fachbüchern steht, aber ausgewählte, zu ausgewählten Themen können Sie die gerne verwenden. Da ist einmal das Buch vom Herrn Bär, der hat aus seinem linearen Algebra- und analytischen Geometriekurs an der Universität Potsdam ein Buch gemacht, das heißt genau so. Das ist im Springer Verlag erschienen, das ist relativ neu. ist nicht so teuer, ja ich denke so an die 30 Euro. Das hat er sehr schön gemacht und da können Sie auch entsprechende Themen nachschlagen. Dann haben wir noch ein Buch vom Herrn Quiering, Lernbuch Lineare Algebra und analytische Geometrie, im Spektrum Verlag. Das ist auch relativ neu und da finden Sie auch eine Menge Beispielaufgaben und Aufgaben, die Sie bearbeiten können. Gut, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und freue mich auf Sie wieder nächste Woche zur nächsten Sitzung.